Musik Wir im Osten wollen euch heute zeigen, wie man mit günstigen Materialien den Schritt zum Smart Home machen kann. Was haben denn Leuchtstoffröhren mit Intelligenz zu tun? Smart Home bezeichnet Geräte, die im Haushalt mitdenken. Also das Gegenteil von dir. Ach, ja, die Dinger mit Internetverbindung. Richtig. Diese LED-Glühlampen kann man mit seinem Smartphone steuern, zum Beispiel Helligkeit ändern oder die Farbe ändern. Und die alten Leuchtstoffröhren, die können das auch? Nein. Die werden wir heute upcyceln. Also, schau hin. Wir nehmen die alten Leuchtstoffröhren. Schau hin. Ja, die recyceln wir und da werden wir dann die neuen LED-Glühlampen rein. Machen. Und dann haben wir eine Lampe mit angenehmem Licht. Bereit? Klar doch. Und es werden... Sehr schön. Gebaut vom größten Quatschkopf des Planeten. Und es werden... Nooo... Nooo...